Hallo, mein Name ist Patrick Böttcher, ich stamme aus Berlin, bin jetzt 43 Jahre alt, habe lange Zeit Probleme mit meinen Geheimratsecken, habe da immer Cappies getragen, mit den Haaren immer nach vorne gekämpft und dann habe ich von Herrn Ted Ziller erfahren, der hier in Istanbul die Haartransplantation hat, das ich seit vielen Jahren macht und habe mich dann da entschieden, das hier zu machen. Es war einfach alles perfekt, das Team war hochprofessionell, es waren sehr viele Leute unterwegs, die jeden Wunsch praktisch schon von den Lippen abgelesen haben, der Preis war super, für diesen Preis bekommt man das in Deutschland nicht, da habe ich auch andere Erfahrungen von Freunden schon in Deutschland gehabt, ich kann das hier nur empfehlen, ich bin super zufrieden, man sieht es ja, die Geheimratsecken sind dazu, die OP war gestern, super verheilt bis jetzt, ich habe keine Probleme, der Rest wird jetzt am nächsten Tag auch noch verschwinden und dann bin ich einfach nur froh, wieder volles Haar zu haben und dafür danke ich Dr. Ted Ziller.